Die Hände sind in mir. So. Ich bin noch immer... ...gelebt. Jetzt geht's. Ups, ich bin gejagt. Die Stadt, die Stadt, ah. Ich bin ständig senst. Hast du ja Fleisch drin oder so? Total. Nein, Eier. Eier sind kein Problem. So, wo geht's hin? Ah, genau Richtung Süden. Da vorne ist er dicker. Hast du dir noch Gewand gebastelt? Nein, ich war so faul und hab noch nichts gebastelt. Oh, da ist ein Baumstamm. Dose. Sehr gut. So, wenn ich da oben bin am Mügel, muss ich mich verstecken wieder. Eine Steinachs, das ist ja meine. So. Okay, da sind einige verbrannte Gebäude. Ich glaub, auf die gehen wir gleich mal los. Ich weiß auch nicht, ob wir da so viel finden. Aber die schaut überhaupt aus wie verbranntes Gebiet. Was muss da reinkommen? Warte, ich fasse hier noch eine Steinachs. So. Ja du, die haben aber auch Öfen und so stehen. Na ja, schau mal. Zumindest der Cooking Pot wäre schon cool. Ja, der wäre... Perfekt. Da drüben ist Wasser. Oh, das ist aber neblige Gegend. Das ist wirklich verbranntes Gebiet. Ähm. Irgendwo knistert da einer. Jede Menge Kuhle. Nehmen wir ein bisschen was mit. Hm. Ah, Pinkelos. Ein Scheißhaus. Ah, wär ich aber abgebaut. Ich glaub, da kriegen wir mal Rohre raus, gell? Puh. Du. Ich weiß ja leider gesagt nicht, was rauskommt. Ja. Es ist doch schon... Cooking Pot! Ja. Cooking Pot, yes! Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Was ist das für ein Haufen? Was ist denn das? Das... Was ist das bitte? Hm? Was noch jetzt? Was krieg ich da? Das schaut komisch aus. Leere Gläser. Cool. Ich werd Steine sammeln auch, gell? Achso, Toilet, hallo. So und was ist das jetzt? Öl. Öl. Öl Schiefer. Okay. Die war schön da vor mir am Loch. Natürlich. Klebeband haben wir. Ich hör's, Wunder mit Knistern. Nein, in dem Gebiet kniest du's immer. Wir dürfen... Nur kein Essen. Ja. Ich bin relativ voll, also wir müssten irgendwo jetzt einmal zusammenlegen. Okay. Vielleicht wäre da oben. Leg mal... Ei. Ja. Geh wieder raus. Eisenrohr. Ja. Kaffee. Nein. Dünger. Papier. Dünger, ja. Ja. Papier. Nein. Kleber. Nein. Kleberband. Ja. Dose, leere. Ja. Leere Gläser habe ich auch. Painkiller. Painkiller, ja, ja. So. Legen wir das einmal zusammen. Golden Rot-Tetich, den könntest du mir reingeben. Nein, habe ich nicht. Den roten. Chrysanthemum. Nein, habe ich auch nicht. Du passt auf. Nein, habe ich auch nicht. Ähm. Snowbeere ist angebläht. Das zerlege ich. Steine kommen da hin. Ölschiefer. Ölschiefer. Ja. Ja. Cotton. Hm, nein. Gut. Passt. Wie schaut es bei dir aus, mein Platz? Ich habe noch ein paar Plätze. Passt. Passt. Ja, laupt mir noch ein Stück weiter, zum nächsten Häuschen, ob wir was finden, oder? Ach, der knistert. Ach, der knistert. Alter, alter, alter. Alter. Ich warte. Ich setze mich jetzt da einmal hin und schaue mir auf der Map nicht. Also, wir werden es da die Mittelpunkte nieren. Doch, doch. Okay. Das ist, das ist die Stadtmitte, also der Mittelpunkt der Map. Ah, okay. Dann, äh... Ja. Hast du nicht gesagt, du hast wo einen Händler gesehen? Ja. Dann laufen wir dorthin. Vielleicht können wir was verkaufen. Gut, das geht so jetzt nicht mehr aus, wahrscheinlich. Okay. Federn habe. Federn habe ich auch einige. Auf jeden Fall Stein mitnehmen. Holz und Stein. Ich setze mich da jetzt drauf auf so einen Stein. Schauen wir mal, wie schaut es denn aus? 141 Pflanzenfasern und 332 Äußersteine. Stein, nur noch ein wenig. 8% nur noch. Was denn? Und 1% bei der Flüssigkeit. Okay. Füllen wir die Gläser und das noch an? Mhm. So, wo ist unser Bettchen? Dort. Ähm. Ja, die leeren hast du jetzt drinnen. Mhm. Die müsstest du anfüllen. Ich lauf Richtung Haus. Okay. Und ich lauf Richtung Wasser. Ich schmeiß nur mal zwei Snowpaires rein. Ach, Eber. Ein richtiger Wildzau da unten. Ja, wo? Linke Hand. Also, von mir. Entschuldigung. Richtung Nordwesten. Knapp beim Bettchen. Siehst du mich? Ah ja, sehen. Bleib stehen. Ich kann anlegen auf ihn. Ja, legen. Ja, er legt, er legt, er legt. Schlag drauf nochmal. Nein, jetzt schläg er mich drauf. Sehr schön. So. Ähm. Wer geht Wasser holen und wer... Wo schießt du hin? Na ja, du hast das jetzt. Ach so, ja. Das ist mir wirklich schwer. Nicht, dass das weg ist. Okay, ich hab's jetzt. Ich lauf zum Wasser, Tank auf und... Ja. ... wie du zum Bett. Ja. Fleisch ist rausgekommen, ein bisschen was. Ja. Vermutlich stink ich jetzt. Mörder. Ja. Ich überlege gerade, machen wir mit die Eier im Index. Ist das besser als das Fleisch, oder? Wir haben Eier, wir haben... Weiß jetzt dir gleich gesagt nicht, was in der Ernährung mehr gibt. Aber er hat sich gewehrt, oder? Ja, der greift an. Der Hund. Ich lauf Richtung Bettchen. Na, Gott sei Dank, zumindest... Ja, ich bin auch unterwegs. Zumindest, da bin ich auch mit Anfeilen getroffen. Gemeinsam erlegt. Ähm. Ja, also das Thema Essen dürfte kurzfristig, äh, erledigt sein. Null Prozent. Dann schau zu, dass du in die... ...unsere vier Räume kommst. Vier Wände. So. Ich wollte gerade sagen, so ein Riesen-Playboy haben wir schon. Hahaha. Krankenschwester wäre der Mann, aber ja. Nicht jetzt. Nicht jetzt, nein. Und er weiß, was man rauskriegt mit unserer Stufe. Mhm. So, jetzt muss er aufpassen, dass ich nicht in die Höhle stolpere. Das wäre deppert. So, ich bin am Haus. Jo, ich komm da drauf. So. Ist das für dir? Ich bin versteckt. Ich glaube, die schlagen da an der Rundquant herum. Wer war's? Bei unserem Haus. Soll er da stehen lassen? Aber, der... Warum ist da gerade Tür? Ja, ich komm schon. Warte, warum muss ich es wieder setzen? Wie ist das? Ja, ja. Oh, ist so krank. So. Wasser ist drinnen, oder? Ja. Was machst du? Wasser ist drinnen. Cooking Bot. Achso. Es kocht schon. Ich gucke, ob ich jetzt in die Höhle hier rein. Kann kaufen auch. Hey, du magst auch verkohltes. Na, jetzt ist es zu spät. Ach. Aber ich glaube, das Gegrillte wäre ja noch nicht gegangen. Ich habe... Nein, es wäre noch nicht gegangen. Ich wäre leider noch nicht gegangen. Ich habe ein Fett. Gut. Okay, das heizt. Irrsinnig. Ich werde da was ausziehen. Ich roll'n' da mal weg. Ich werde dann Fackeln auch machen. So, dann gebe ich meine Wasser noch rein. Dann geht das nicht. Achso, blödsinn. Cooking Bot ist eh noch drin. Sehr viel mit Wasser. Ja, ist klar. Ich wollte jetzt einfach so reinlegen, aber... Hm. Sechs Tier heute. Cool. Ich muss noch was ausziehen. Das hilft nix. So. Ist die Bantana kühlend oder wie er meint? Bantana sollte kühlend sein. Der Koppel hat ja auch noch. Mhm. Ja, mit dem muss ich mal minus 10. Aha, Bantana ist gar nichts. Ah, dann ist es. Jetzt ziehen wir die Schuhe noch aus. Ein Stück weggehen da. Ich nehme ein Fleisch. Ja, nimm da. So, ich leg da mal rein. Und... Nee, Wasser lass ich auch drin. Drei. Ach, mir soll's gar nix. Ein bisschen Schiefer, legen wir rein. Da habe ich... Kaffee. Guten Rot. Okay, turn off. Okay, turn off. Bist du durch? Mhm. Eier? Die habe ich bei mir. Die habe ich bei mir gerade drin. So, dann erledige ich mal die Quest und ich werde die Bekleidung craften. Das drübe Wasser lege da rein. Das werden wir gleich mit dem Cooking-Boot klauen. So, wir werden noch eines trinken. Oder trinken werden wir überhaupt, bis wir voll sind. Die sind ja schnell wieder angefüllt. Ich habe vier Stück bei mir drin, also nehm ruhig. Leere hast du auch, oder? Ja, habe ich gleich wieder. Drink. So. Und dir eine Chili-Dose von mir. Drink. Ja, 100%. Habe ich wieder. Ich bin dann auf 93 kommen. Mit Essen bin ich jetzt auf 43. Schuss. Ähm. Ich bin mit Essen auf 24. Ja. Ja. Ich habe vier Dosen. Ich lege das rein. Ich werde den Cooking-Boot rein geben und das Wasser abkochen. Dann werde ich den nächsten Tag Schwerpunkt jagen. Und alles auffüllen. Okay. Und ich sichere endlich unsere Hütte. Ja? Mhm. So, und jetzt wird nur die Stücke abgebohrt. Ja. Und der fügt mir irgendwie unwohl. So. Bottled Water. Bottled Water. 20 Stück Bottled Water wird gemacht. Sind das jetzt nur zwei, oder? Ja. 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 Da ist nur mehr einer. Es leuchtet hier. So, wie schaut der Boden aus? Der Boden schaut eigentlich soweit gut aus. Den haben wir ausgebessert. Cool. So. Abbauchst Licht. Okay. So. Jetzt machen wir mal Fackeln. Ah, da müssen wir das Fett abkochen. Gibt es mit Kohle nicht mehr? Nein. Schon seit der letzten nicht mehr. Ah, okay. Nein, ich habe nicht die Fackeln gemacht. Das hast du ja getan. So. Ich nehme mal das Fett. Ganz. Das schmeiße ich auch gleich rein. Dass wir da ein paar Fackeln darunter haben. Ja. Ach, man sieht nichts. Hm. Oh, Blendfiber. Soll ich da auch eine Tür reinsetzen? Können wir, ja. Dann fertig eine Tür. So. Was fehlt denn noch? So. Was fehlt denn noch? In der sichere Holztür fertig. So, erledigt. Dann kann ich das zerlegen. Einen... Craft Botten Club. Okay. Ich hatte schon einen. Botten Club hier. So. Ok, da braucht man viel mehr, also so ein bisschen was wiederholt. Ob das gescheit wird, dass wir den Land-Claim-Block gesetzt haben? Dann kannst du ihn mir nicht wegnehmen, gell? Kann man nicht wegnehmen? Was sieht er da innen auch noch? Ich kann ihm schon... Alter, ich stelle mir ins Lagerfeuer, ganz der Geschirte. Du brennst ein bisschen. Ich Idiot. Aha, ok, du bist wieder rausgegangen. Super. Ich kann ihn schon abbauen, 8000, aber ich glaube, ich kriege dann nur Rohmaterial raus. Ok. So. Und du kannst ihn auch nicht nehmen einfach? Ja. Ah ja, jetzt ist er... Ok, da braucht man Stahlbaden. Jep. Ok. Also einmal gesetzt. So, ja. Ist vorbei mit der Gaudi. So, was habe ich Pfeile? 19 Stück, das heißt wieder in der Pfeilebaden. Ich habe 47 Stück, soll ich da welche reinlegen? Nein, nein, ich habe keine welche. Gut, Wasser ist im Inventar. Also in der Kiste. Was ist denn in der Kiste? Abgekocht? Oh. Ja. Achso, mein Cooking Pot, ne? Ja. Ja. Ich fülle aber die Dosen auch wieder, oder? Ja, natürlich. Was wir haben, haben wir. Gut. Das ist... Das ist... Ich schau nur... Kann man mit dem verrottenden Fleisch irgendetwas machen? Ähm... Keine Ahnung. Rezepte. Fertilizer. Da kannst du nur auf... Ich wollte kurz sagen Fertilizer machen. So, die Blunderbuss. Eigentlich haben wir nur Potscht Iron. Gut. Ähm... Wo ist der Bellow? Oder wie schreibt man den? Ähm... Oder wie geht... Geht das anders? Ich frage mich gerade, wie es bei mir heißt. Muss man da nicht jetzt ein Rezept haben? Ja, ich schau gerade. Das ist ja sehr unangenehm. Schmelzofen, oder wie heißt das? Bellows, Blasfalk. Ich brauche zwei... 20 Leder, ein Rohr und 6 Holz. Ja, ja. Okay, das Leder kriege ich... aus Tierhäuten. Ja, ja. Klar. Wir haben... Aber auch das musst du, glaube ich, lernen. Ich probiere das jetzt mal. Wir haben sechs Tier heute. Also mehr, als wie das nicht geht, kann nicht sein. Ach, ich überlege gerade, wie das bei mir heißt. Da? Blasebalk, ja. Der Blasebalk ist da. Sechs... Leder. Ich mache gerade Leder. Super. Kurzes Eisenrohr, genau. Und wie heißt dann die Forge? Schmilzerschmiede? Genau. Schmiede heißt es, genau. Schmiede ist es in Deutsch. So, ich lege das wieder rein. Brauchen wir Lehm. Wie? 50 Lehm. Okay. Ein Glasebalk, einmal ein kurzes Eisenrohr, Lehmklumpen, 50 kleiner Stein, 50. Oh, nicht zu lange brennen lassen. Fünfte Low. Ja. Turn Off. Ähm, jetzt brauche ich Stopp, was ich noch weiß. Und Holz habe ich. Und dann kann ich eigentlich die Torch machen. Genug Holz, wenn man ein bisschen was reinklickt. Tor. So, dann werden wir natürlich ein bisschen Frames, wenn wir sie nicht machen. Jetzt geht es wieder mit normalem Tierfett. Wofür brauche ich dann den Teller? Ach du Sch... Okay, wir werden doch einiges zerlegen müssen. Für die Forge brauchen wir dann auf jeden Fall. 50 Steine, 50 Lehm, einen Blasbalk und eine Schraube. Sollt ihr für ein Lehm die Stahlschaufel reinlegen? Kannst du. Aber... Ich werde es nicht mitbrauchen beim Jagen. Okay. Also dann. Das war's wieder. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet es wieder ein bei 7 Days to Die. Let's play together mit der Tibra und dem Anduin. Und bis dahin. Happy Gaming. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.